Musik Herzlich Willkommen im neuen Wintersemester. Für die einen ist es Routine, für die anderen das Erzimmer-Student-Sein. Aber für alle, die über die lange Sommerpause die Orientierung verloren haben, denen zeigen wir, wo es lang geht. Zwischen nervenzehrenden Vorlesungen und Bücherwälzen in der Bibliothek sollte doch auch immer noch Zeit sein für ein leckeres Schnitzel in der Mensa oder einen köstlichen Kaffee in Minik. Sarah von OrgaTV hat für euch die Hotspots der Uni ausfindig gemacht und die schnellsten Wege ausgeklügelt. Campusleben bedeutet zum Glück nicht nur Pauken und Schuften. Beim Unifilmen kann man einen langen Tag auf dem Campus perfekt ausklingen lassen. Jede Woche werden aktuelle Filme vorgeführt. Popcorn und Bier gibt es natürlich auch zu Studentenpreisen. Und auch dieses Semester geht es wieder mit Hochspannung und einer neuen Gruppe in die nächste Runde OrgaTV. Jeden Mittwoch 18.18 Uhr einschalten. Ich verabschiede mich hiermit, hatte mit euch ein wundervolles Semester und wünsche euch natürlich auch ein tolles Wintersemester. Tschüss!